Hi und herzlich willkommen hier auf den Ferroer Inseln. Wir machen hier gerade ein 7-Tages-Workshop und die Teilnehmer schuten gerade hinter mir diese Location. Richtig geil! Richtig geil! Wenn du auch Lust hast, auf so einer Fotoreise mit dabei zu sein, dann schau auf meiner Webseite vorbei www.stephanschäfer.de. Dort gibt es Fotoreisen auf die Ferroer Inseln, nach Madeira und viele weitere Ziele. Also ich würde mich freuen, dich dort auch mal begrüßen zu können. Viel Spaß!